die verkaufen hier gräutersprössling das sind die guten dann was mache ich jetzt hier noch mal da bin ich irgendwie auf der dinge nachdings was kann in diese richtung ach das war doch das mit den heilen und so ok was sind da welche wie kann ich helfen das war nicht gewesen raffenbogen schütze dies sind gefährliche zeiten das findet mir dann verbunde der sarah ja ja weiß ich jetzt nicht was ich für für den kämpfen gegen wen was ist das es ist einfach nur schwarz und es ist nichts drin ok ok im entkämpft da schickplünderer wo kommt die denn her bitte auch ein da ist einer ist schon wieder tot kommt mit auch welche jetzt hole ich mir mal ein medipack und das zählt auch so medizin kit kann man das denen auch schon geben hallo geht nicht nein schade da ist eine ich sehe den rückkopplung schleife gestartet ha 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 hat das nicht so gedacht so dann fangen wir doch an erklären dem kann ich das doch jetzt bestimmt geben kann ich nicht ok da ist ein verminderter der sarahvenbogen schütze wo man sind alle so schnell hier lebens punkte erhöhen sich da du was tötet den was rückzug 高 anerkennung anerkennung ja ja Okay, gute Erfahrung gegeben. Rückkopplungsschleife gestartet! Was ist das für ein Riesentrupp? Jetzt bleib er da! Wozu habe ich jetzt diese Medipacks dabei? Weiß keine, oder? Kann man hier irgendwo drauf springen und dann gibt es was tolles. Ich kann da drauf springen und du kannst mich nicht mehr angreifen. Hey, halt! Hallo! Hallo? Lebenspunkte erhöhen sich! Hm. Okay, die Tropfen ziemlich gut Blut. Ich wache über diesen Ort. Ah! Da kann man, mit denen kann man babbeln. Das wusste ich nicht. Braucht ihr Hilfe? Vitalität wiederhergestellt! Ja! Da vorne! Nein! Okay. Okay. Ach, da sind da auch noch... vielleicht... ne, da sind auch Medizinpacks. Hm. Aber eins bin ich losgeworden. Wen auch immer. Nehmen wir mal wieder. Sieht auch verdammt gut aus. Ich hätte gern immer so einen Rucksack. Am besten in weiß. Am besten in weiß. Na komm. Geht's noch? Das sind gefährliche Zeiten. Wahnsinn. Ey, Serapenbumpenschütze. Ich hab keine Zeit. Ach so. Der hat schon medizinische Aufputschmittel. Da. Komm her. Braucht ihr Hilfe? Oh. Ich bin schnell wie der Wind. Wir gehen hier. Was machen wir jetzt da? Vitalität wiederhergestellt! Okay. Dir kann ich doch bestimmt wieder eins geben. Hier. Zack. Aufputschmittel. Ich bin mit Leid und Seele. Hauptputschmittel. Yeah. Yeah. Okay. Dann gucken wir mal. Was der uns anzubieten hat. Willkommen. Schwarze Bohnen und Lorbeerblätter. Yeah. Yeah. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Krüter. 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 Schwarzdingsbomstruhe. Okay. Habe ich noch wieder Verwärtskitz einstecken? Nein. Habe ich natürlich nicht. Hast du welche? Möge Melandro euch leiten. Nein. Was hast du sonst hier? Nichts für mich, ne? Ne. Das hier. Naja. Pff. Ich habe ja einfach immer nie Dings, äh, ne? Dings. Ihr wisst schon. Dings. Hallo? Wo? Wo? Da. Krüben. So. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Das ist ja woanders, aber die Fertigkeiten-Herausforderung ist die hier noch. Eins. Ne, wer weiß. Gehen wir erst einmal nach rechts dann. Aber wie gehen wir nach rechts? Gehen wir unten entlang? Da, oder? Oder? Ne, wir gehen direkt da rein. Ja. Okay. Nach Ascalon. Ja, wie das heißt. Die Siedlung Ascalon. Okay. Kräutersprösslinge, da muss ich nochmal hin. Das kann ich mir ja nie merken, ne? Ah, Anerkennung. Also. Ja, Anerkennung. Das kann ich mir nie merken, wo es die ganzen Dinge zu kaufen gibt. Da. Pff. Hoffentlich gibt's dann mal irgendwann eine Wiki. Das mir das dann erklärt. Und hoffentlich kenne ich dann aber irgendwann die Maps, dass ich das Wiki auch lesen kann. Oh, nicht identifizierte Farbe. Kupfer Münchenfarbe. Wofür hab ich denn jetzt schon? Äh, H. Na, doch schon ein paar. Ja, schön ekelhaft. So ist gut. Nehmen wir mal Drama. Noch hier. Oh ja. Oh ja. Wie ausgekotzt. Sehr schön. Okay. Da drüben. Da können wir da vorne durch. Okay. Rückzug. Gibt's hier so? Krebsfleisch. Eine Trophäe ist es. Ja, aber wenn es ein Trophäe ist, dann heißt es doch... Hm. Naja. Gut. Irgendwo abgeben kann vielleicht, wenn ich Glück hab. Hey! Rückkopplungsschleife gestattet. Ja, klar. Okay. Bildet die Truppen aus. Ehrt die Gefallenen und findet Wege, die Moral zu steigern. Okay. Irgendwas zu melden? Ich will dein Moral steigern. Wir sind gefährliche Zeiten. Willkommen. Hm. Grüß euch. Wie geht es euch? Was ist das? Kann ich die Tür öffnen? Grüß euch. Duainer, segne euch. Ich könnte Prostituiele kaufen. Das würde die Moral, glaube ich, schon ein bisschen steigern. Bekämpf das Unbekämpfbare. Kann lehnen. Wir müssen das Unjagbare jagen. Wie bitte? Ich weiß nicht, was so von mir sitzt. Ja. Grüß euch. Was ist denn das? Kann ich da rein? Schaut. Schön, euch zu treffen. Ich bin mit Leib und Seele Soldat. Okay. Möge Lissa euch helfen. Lebt wohl. Ja. Mach ich das so oder so. Ich führe nur Waren höchster Qualität. Das sagen's alle. Das glaub ich schon lange nicht mehr. siehile. Wir müssen aufsteigen.